heilige mutter des herrn hilf uns die kraft des versöhnens und das vergeben zu finden hilf uns geduldig und demütig zu werden aber auch frei und mutig wie du es in der stunde des kreuzes gewesen du trägst jesus auf deinen armen das segnende kind das doch der herr der welt ist so bist du den segnenden tragend selbst zum segen geworden segne uns und diese stadt und dieses land zeige uns jesus gebenedeite frucht eines leibes bitte für uns sünder jetzt und in der stunde unseres todes amen oh 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta et un mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Jesus. Santa Maria, Madre, wei, ora pro nobis tecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta et un mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Jesus. Santa Maria, Madre, wei, ora pro nobis tecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta et un mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Jesus. Santa Maria, Madre, wei, ora pro nobis tecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta et un mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Jesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Glorie a Patria et Filio et Spiritus Sancto. Glorie a Patria et Filio Si rivivano i momenti importanti e significativi della storia della salvezza. Si ripercorrono le vere tappe della missione di Cristo. Con Maria si orienta il cuore al mistero di Gesù. Si mette Cristo al centro della nostra vita, del nostro tempo, delle nostre città, mediante la contemplazione e la meditazione dei Suoi santi misteri di gioia, di luce, di dolore e di gloria. Ci aiuti Maria ad accogliere in noi la grazia che promana da questi misteri, affinché attraverso di noi possa irrigare la società a partire dalle relazioni quotidiane e purificarla da tante forze negative, apprendola alla novità di Dio. Grazie a tutti. 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 Und wir sind immer noch in uns, in jedem Moment der Existenz, insbesondere in Zeiten der Oskurität und der Probe. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus te, com benedicta e tun mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Madre de te, ora por nos pecadores, nun de in hora mortis nostre, amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus te, com benedicta e tun mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Madre de te, ora por nos pecadores, nun de in hora mortis nostre, amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus te, com benedicta e tun mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Madre de te, ora por nos pecadores, nun de in hora mortis nostre, amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus te, com benedicta e tun mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta et un mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta et un mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta et un mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta et un mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, gratia plena Dominus tecum, benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, gratia plena Dominus tecum, benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, gratia plena Dominus tecum, benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santiori, protesto fructus ventris tui, Jesus. Sia in ciascuno l'anima di Maria a magnificare il Signore, sia in ciascuno lo Spirito di Maria a esultare in Dio, Se secondo la carne una sola è Madre di Cristo, secondo la fede tutte le anime generano Cristo. Ognuna infatti accoglie in sé il Verbo di Dio. L'anima di Maria magnifica il Signore, il suo Spirito esulta in Dio, perché consacrata con l'anima e con lo Spirito al Padre e al Figlio, essa adora con devoto affetto un solo Dio, dal quale tutto proviene, e un solo Signore, in virtù del quale esistono tutte le cose. Preghiamo il Signore che ci aiuti di magnificarlo con lo Spirito e l'anima di Cristo e di portare di nuovo Cristo al nostro mondo. Preghiamo il Signore 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 Marie Regina Celi, letale, Alleluia, quia que meruisti portare, Alleluia, resurexit, zikot tixit, Alleluia. Ora pro nobis Dio, Alleluia, quia surrexit, dominus veri, Alleluia. Oremos, Deus, qui per resurrección infinitui, Domini nostri, Jesu Christi, mundum pletificare, dignatus is, presta quesumus, ut per eus genetricem Virgine Mariam, perpetue capiamus gaudia vite, peiondem Christum Dominum nostrum. Amen. 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 Halleluja Pater Nostra, quies in Cielis, sanctificito nomen Tum, advenia drenium Tum, fiat voluntas tua secut in Cielo et in Terra. Amen, Nostrum, potean, nomen Tum, advenia drenium Tum, advenia drenium Tum, fiat voluntas tua secut in Cielo et in Terra. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedictae Tum, mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Madre Dei, cora pro nostri, retortus, munti di cora mortis, nascere an. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedictae Tum, mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Madre Dei, cora pro nostri, retortus, munti di cora mortis, nascere an. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedictae Tum, mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Madre Dei, cora pro nostri, retortus, munti di cora mortis, nascere an. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedictae Tum, mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Madre Dei, cora pro nostri, retortus, munti di cora mortis, nascere an. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedictae Tum, mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Madre Dei, cora pro nostri, retortus, munti di cora mortis, nascere an. Ave Maria, grazie a plena Dominus Tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventus cui Jesus. Santa Maria, Mater Dei, L πεta nosul, nun im Commentareum des Naciones. Ave Maria, grazie a plena Dominus Tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventus cui Jesus. Santa Maria, Mater Dei, L πεta nosul, nun im Commentareum des N India. Ave Maria, gratia plena Dominis tecum, benedicta tu mi eribus e benedictus fructus ventus tui Jesus. Santa Maria, Madre Dei, ora con nos, fricatotus, un benedicto amortis nostri am. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sanctus. Mitten in Gefahren, Nöten und Unsicherheiten, denke an Maria, rufe Maria an, ihr Name weiche nicht aus deinem Mund, weiche nicht aus deinem Herzen, folge ihr, dann wirst du dich nicht verirren. Rufe sie an, dann kannst du nicht verzweifeln. Denk an sie, dann irrst du nicht. Hält sie dich fest, kannst du nicht fallen. Schützt sie dich, dann fürchte nichts. Führt sie dich, wirst du nicht müde. Ist sie dir gnädig, dann kommst du sicher ans Ziel. Rufe ja Böhmä, gratia plenaonio, wenn du dich bist, darfst du nicht mehr. Rufe ja Böhmä, gratia plenaonio, lebe und bete also zu dir ist ja, du nicht nur noch alle. Rufe ja Böhmä, gratia plenaonio, bis wir uns nicht mehr. Rufe ja Böhmä, gratia plenaonio, bis wir uns nicht mehr. Amen. 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 Amen.